Einen wunderbaren guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Was haben Thilo Sarrazin und Alice Schwarzer gemeinsam? Ihren Ärger über die sogenannten Kopftuchmädchen. Und alle beide warnen, solange wir hier noch von Integration sprechen und manche noch von Multikulti träumen, werden wir längst von radikalen Islamisten in Deutschland ausgehöhlt und unterwandert. Haben die beiden recht oder ist es falsch und vielleicht sogar gefährlich, eine ganze Religion in einem zu verdammen und zu brandmarken? Unser Thema heute, Kopftuch und Koran, hat Deutschland kapituliert. Zu Gast sind Peter Scholler-Thur. Kein deutscher Journalist kennt den Islam so gut wie er. Manche nennen ihn auch Mr. Islam. Guten Abend, Herr Scholler-Thur. Ja, das war nicht immer so. Pierre Vogel ist bei uns. Ein umstrittener Islam-Prediger. Der Verfassungsschutz nennt ihn Deutschlands bekanntesten Islam-Missionar. Guten Abend, Herr Vogel. Jürgen Fliege ist bei uns, Fernsehpfarrer und eigentlich ein Streiter für religiöse Toleranz. Mal sehen, wie weit das heute Abend geht. Guten Abend, Herr Fliege. Guten Abend. Neben ihm Irngard Pim. Sie ist muslimische Soziologin und möchte nicht mit Radikalen in einen Topf geworfen werden. Guten Abend, Frau Pim. Guten Tag. Udo Ulfkotte ist bei uns. Er ist Publizist und einer der schärfsten Islamkritiker. Er ist für die Ausweisung aller Muslime, die in Deutschland arbeitslos sind. Guten Abend, Herr Ulfkotte. Guten Abend. Und später kommt noch zu uns Nurik Abfeld. Sie wurde vor 17 Jahren Zeugin des Ehrenmords an ihrer eigenen Schwester. Herr Scholler-Thur, wenn man die Debatte der letzten Woche sich anhört, würden Sie meinen, wir befinden uns mitten im sogenannten Kampf der Kulturen? In dem befinden wir uns, aber nicht auf freien nationaler Ebene. In dem befinden wir uns in einem weltweiten Gegensatz. Und der eigentliche Gegensatz wird im Grunde nicht genügend hervorgehoben. Der Unterschied zusammen zwischen den Migranten aus den islamischen Ländern, die bei uns sind, und dem durchschnittlichen Deutschen, ist, dass bei den Deutschen die Religion verschwindet, verloren geht und im Islam sich die Religion vertieft, wie wir in der Türkei im Moment sehen. Wo man ja auf den Laizismus verzichtet hat, auf den Kemalismus verzichtet hat. Also die Annäherung der Türkei zum Beispiel an Europa, die also auch im Laizismus begründet worden, die Kemalat hat Türk, proklamiert hatte, die ist, sagen wir mal, durch die Rückwendung zur Religion natürlich dadurch erschwert worden. Und es gibt einen Kampf, das würden Sie schon so benennen. Es ist nicht als Kampf, aber wir sollten da auch gerecht sein. Und wie sind denn die Türken nach Deutschland gekommen? Es war damals die Gier nach einer billigen Arbeitskraft. Man hat damals die Rekrutierungsbüro in Istanbul, in Istanbul, Ankara aufgemacht und man hat diejenigen aus Anatolien genommen, die am wenigsten Bildung hatten und hat dann nicht gedacht, dass diese Leute bleiben würden, dass sie ihre Familie nachkommen lassen würden und dass sie ihre eigene Mentalität, ihre eigene Kultur haben. Das hat man damals überhaupt nicht bedacht. Es war einfach die Raffgier der aufstrebenden Wirtschaft, die möglichst billige und teilweise ja auch unwissende Arbeitskräfte suchte. Und jetzt sind wir in der dritten Generation immerhin und haben eben auch solche, die sich neu dem Islam zuwenden. Herr Vogel, von Ihnen ist bekannt, dass Sie den Islam in 30 Sekunden erklären können. Na dann bitte. Soll ich in 30 Sekunden erklären? Also so einfach hatten wir es noch nie in der Sendung. Also wenn man das in 30 Sekunden erklärt, dann sagen wir, der Islam ist der Glaube an den einen allmächtigen Gott. Dieser Gott hat alle Menschen erschaffen und er hat sie erschaffen, um ihnen zu dienen. Dazu hat er immer Propheten und Gesandte gesandt, beziehungsweise erweckt unter den Menschen, die ihnen das beibringen. Und der letzte Gesandte ist der Prophet Mohammed, Frieden und Segen mit ihm. Und ihn hat er mit dem Koran gesandt und wer an den Propheten glaubt und ihm folgt, der wird das ewige Leben im Paradies bekommen. Und wer das nicht tut, der wird in die Hölle gehen. Das ist einfach. Da gibt es nichts mehr zu deuten. Warum haben Sie sich dafür entschieden, 2001 aus dem Christen, Pierre Vogel, den Sie mal waren, den Muslim, Pierre Vogel zu machen? Sie waren Boxer zu der Zeit. Sie sind evangelisch getaucht. Sie haben römisch-katholische Erziehung genossen in der Schule. Ja, also das ist eigentlich bei mir eine sehr lange Geschichte. Es hat eigentlich schon mit dem Konformationsunterricht angefangen, wo ich aufgrund einiger Diskussionen mit dem Pfarrer den Glauben an das Christentum verloren habe. Danach bin ich eigentlich in so eine Phase herabgerutscht, wo ich gedacht habe, ich lebe nur für mich selber. Ich glaube an mich selber. Ich möchte einfach nur Highlife und Konfetti haben. Und habe dann später, als ich Zivildienst hatte, gemerkt, dass halt viele Menschen hier in Deutschland, insbesondere im Alter, sehr isoliert leben und sehr unglücklich sind. Und daraufhin habe ich gedacht, es muss einen höheren Sinn im Leben geben. Es muss etwas geben, was danach kommt. Und da habe ich mich zunächst mit dem Buddhismus beschäftigt. Und eines Tages hatte ich ein Treffen gehabt mit jemandem von der christlichen Mitte Deutschlands. Die sind ja sehr islamfeindlich. Und er war sehr stark über den Islam am Herziehen. Und ich habe mich einfach mit ihm unterhalten. Ich war halt tolerant. Ich hatte halt viele Freunde. Und ich wollte mich halt danach einfach mal damit beschäftigen. Als ich von diesem Treffen nach Hause kam, hatte meine Schwester eine Übersetzung der Bedeutung des Korans zu Hause. Und daraufhin habe ich mir das Buch durchgelesen. Und was mich halt einfach gepackt hat, ist diese perfekte Beschreibung von Gott, die man meiner Meinung nach in keinem anderen heiligen Buch findet. Und auch, dass der Islam logische Antworten und Beweise dafür gibt, dass er der wahre Weg ist. Obwohl es natürlich am Anfang für mich auch viele Fragezeichen gab. Neben Ihnen sitzt ein Ungläubiger oder ist das jetzt nicht so, dass Sie Christen Ungläubig nennen? Also Ungläubig ist eigentlich die falsche Übersetzung für das Wort Kefir. Weil Ungläubig würde man eigentlich im Arabischen sagen, Rear Musaddig oder auf diese Art und Weise. Habe ich jetzt nicht verstanden? Rear Musaddig, das würde sein, jemand, der an nichts glaubt oder Mulhead. Ja, weil Kefir bedeutet eigentlich, kommt linguistisch davon, etwas zu verdecken. Deswegen bevorzuge ich das Wort Nicht-Muslim. Weil Ungläubig als Ungläubig versteht man in Deutschland, weil ich habe Übersetzungsstudien etwas studiert. Wir haben in Mekka unter anderem studiert. Nein, nein, als ich an der Uni Bonn gewesen bin. Und man versucht eigentlich immer Wörter so zu übersetzen, dass die Menschen das auch richtig verstehen. In Deutschland unter Ungläubigen versteht man jemanden, der an nichts glaubt. Aber ein Christ ist nicht jemand, der an nichts glaubt. Das ist wohl wahr. Herr Ulfkotte, da sitzt ein junger Mann, der vor allem im Internet eine sehr, sehr große Gemeinde hat bei jungen Menschen. Und der eben Werte vermittelt. Haben Sie was dagegen? Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Werte vermittelt werden. Aber wir haben ein gefestigtes Wertegefüge in Europa in der Vergangenheit gehabt. Das haben wir jetzt nicht mehr. Und da haut leider seit mehreren Jahren voll der Islam rein. Und ich habe etwas gegen das islamische Wertegefüge. Also grundsätzlich überhaupt nichts gegen Werte. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das islamische Wertegefüge nicht nach Europa, nicht zu uns passt. Dass es einfach nicht kompatibel ist mit unserem Kulturkreis hier. Dass es nicht nur Reibung auf Dauer geben wird, sondern dass es zu schweren Auseinandersetzungen führen wird. Die einen sprechen vom Krieg oder Kampf der Kulturen. Andere sehen es noch drastischer. Also es wird auf Dauer nicht friedfertig ausgehen. Sagen Sie. Behaupte ich, ja. Es gibt einen Punkt, an dem man es vielleicht jedenfalls verbal schon sehen kann. Der Verein, dem auch Sie eben angehören, Einladung zum Paradies, möchte in Mönchengladbach eine Islamschule eröffnen. Der Verfassungsschutz beobachtet diesen Verein. Und die Bürger in Mönchengladbach beobachten diese Islamschule und es regt sich der Widerstand. Wir werden mit aller Konsequenz und mit allen gesetzlich zur Verfügung stehenden Mitteln, den Versuch unternehmen, die Gründung dieses islamistischen Zentrums hier in Gladbach zu verhindern. Ich habe auch irgendwie ziemlich Angst, dass das auch irgendwie tierisch in die Hose gehen sollte und eventuell hier in Mönchengladbach auch eine Bombe hochgehen könnte oder so. Mönchengladbach eine Stadt in Angst vor dem Islam und das nur, weil hier eine Islamschule entstehen soll. Einladung zum Paradies, heißt der muslimische Verein, der dahinter steht. Der führende Kopf ist Pierre Vogel, der Superstar einer neuen islamischen Frömmigkeit, wie die Zeit ihn nennt. Der Islam-Missionar und seine Mitstreiter sind für eine strenge Auslegung des Koran. Kopftuch ja, Sex vor der Ehe nein, keine Gleichstellung von Mann und Frau. Die radikalen Muslime ächten die freie, pervertierte und verdorbene westliche Welt. Sätze wie, ganz Deutschland soll sich dem Islam unterwerfen, werden Vogel nachgesagt. Der Verfassungsschutz Schleswig-Holstein zitiert ihn mit den Worten, dass am jüngsten Tag keine Religion angenommen werde außer dem Islam. Wir wünschen jedem das Beste und das Beste ist, dass er den Islam annimmt, denn ansonsten wird er für Ewigkeiten die Hölle gehen. Herr Vogel, wundern Sie sich, dass die Leute in Mönchengladbach eigentlich keine Islamschule da haben wollen, wo viele in die Hölle dann gehen, nach Ihrer Definition? Also erstmal, einige Sätze waren da nicht ganz richtig gewesen. Es war nur so viel Information auf einmal, dass ich jetzt nicht auf alles antworten kann. Aber ich wundere mich nicht darüber, dass die uns nicht haben wollen, weil momentan hat das eigentlich angefangen. Es fing damit an, dass RTL einen Bericht gemacht hat, wo sie gesagt haben, in dieser Schule sollen Kinder zu Terroristen ausgebildet werden. Dies fürchtet der Verfassungsschutz. Das spielte darauf an, dass Sie ja auch Kontakt hatten zu der sogenannten Sauerland-Gruppe, die einen Anschlag geplant hatte. Erstmal, das ist der größte Quatsch, was ich erstmal sagen würde. Sie kannten die jungen Männer. Ob ich die kenne oder nicht kenne, das ist eine andere Sache. Aber Sie kannten sie ja. Ich möchte die Sache mal klarstellen. Heute noch habe ich eine E-Mail bekommen und es gibt keinen Menschen, der so gegen islamischen Terrorismus gekämpft hat wie ich. Ich habe Morddrohungen von den Leuten, die das propagieren, weil wir können nicht sagen, dass es keine Leute gibt, die das so sehen. Was den Fritz Gelowitsch angeht, Fritz Gelowitsch von der Sauerland-Gruppe. Ich habe ihn im Jahre 2005 oder 2006 in Mekka getroffen. Da habe ich zu ihm gesagt, mach hier ein Bittgebet, dass in Deutschland kein Anschlag passiert. Daraufhin hat er zu mir gesagt, ich habe gemerkt, er hat mir natürlich gesagt, ja, haben wir vor. Daraufhin habe ich gemerkt, dass er irgendwie einen enttäuschten Eindruck macht, dass ich ihm so antworte. Und dann meinte er, wenn Muslime keinen Anschlag machen, dann werden die bestimmt selber einen Anschlag machen, um das den Muslimen in die Schuhe zu schieben. Daraufhin meinte ich zu ihm, wenn das so ist, dann kann es ja nicht gut sein, wenn Muslime einen Anschlag machen. Also mach Dua, Bittgebet, dass das nicht passiert. Der Verfassungsschutz beobachtet den Verein tatsächlich. Die nordrhein-westfälische Landesregierung, das ist die Meldung von heute, hält ihren Verein für verfassungswidrig. Und es ist nur noch nicht klar, ob der Verein verboten wird. Man wirft ihnen vor, die Radikalisierung von jungen Menschen, die Einrichtung eines islamistischen Staatsgebildes sei ihr Ziel. Und in letzter Konsequenz lehnten die Salafisten auch das Mittel des bewaffneten Dschihad nicht grundsätzlich ab. Das sind ja schwerwiegende Vorwürfe. Das sind schwerwiegende Vorwürfe, aber nicht jeder Vorwurf entspricht der Wahrheit. Wenn man radikalisierend sagt, das ist ein sehr breiter Begriff, was versteht man unter radikalisierend? Ja, dann sage ich, okay, wir sind Leute, die wirklich dazu aufhören, den Islam zu praktizieren. Aber wenn hier steht von Terrorismus. Heute habe ich eine E-Mail bekommen von jemandem, der mir einen guten Ratschlag geben wollte, weil ich heute hier bin. Und da hat er am Ende geschrieben, wir können das Internet aufmachen, ich zeige Ihnen die E-Mail. Da hat er zu mir gesagt, ich muss etwas zugeben. Ich habe früher, bevor ich deine Videos geguckt habe, immer Videos von Azarkawi und so weiter, Abu Musab, Azarkawi und Co. übersetzt und hochgeladen auf YouTube. Al-Qaida. Ich war am Anfang gegen euch, ganz genau. Al-Qaida, ich war am Anfang gegen euch. Und ich war für Anschläge auf Zivilisten, aber mehr aus meiner Emotion heraus, nachdem ich mit der Islamschule Kontakt hatte und mit deinen Videos gesehen habe. Weil ich habe ein Video gemacht, wo ich detailliert die Vorwürfe... Wo ich detailliert die Argumente, weil die Leute bringen ja auch Argumente aus dem Koran für ihre Sache. Darf ich Frau Pinn mit einbeziehen? Wo ich sie widerlegt habe. Frau Pinn mit einbeziehen, wie geht es denn der muslimischen Gemeinschaft in dieser Diskussion, wo auf der einen Seite eben Bücher wie die von Herrn Sarrazin, ich sage jetzt auch mal Stimmung tatsächlich, hervorgerufen haben oder jedenfalls deutlich gemacht haben und auf der anderen Seite dann auch ein Verein, wie dieser so im Kreuzfeuer steht. Wie geht es Ihnen denn damit? Nun, ich denke, wir konzentrieren uns jetzt sehr stark auf Herrn Sarrazin, aber diese Stimmungsmache läuft ja schon sehr, sehr lange. Und Herr Olschkreute hat maßgeblich daran mitgewirkt, dass solche negative Einstellung zum Islam vorherrschend ist. Ich denke, was dabei oft vergessen wird, ist, dass man an allem, was einem auffällt im öffentlichen Leben, wie jetzt diese Islamschule, die Proportionen, den Maßstab sehen soll. Und ich habe sicherlich manche Differenzen mit Herrn Vogel. Haben Sie? Ja, natürlich. Das ist doch ganz klar. Wieso denn? Im Christentum, im Judentum, das ist alles heterogen. Das gibt also ganz unterschiedliche Menschen, die eine unterschiedliche Einstellung zur Religion haben. Trotzdem bezeichnen sie sich alle als Christen oder als Juden. Und ich denke, dass im Moment aus dieser Islamschule und aus der Person von Herrn Vogel ein Popanz gemacht wird, der in keinem Verhältnis steht, erstens mal zu der realen Situation der Muslime in Deutschland, zu deren Einstellung, Lebensweise und so weiter, sondern man versucht, da was aufzubauschen, was vielleicht, entweder ignoriert man das oder man streitet sich oder man wird Mitglied oder was auch immer. Aber es hat nicht diese Relevanz, dass man daraus so eine angsterregende Chimäre sozusagen sich bastelt. Ich vergleiche das immer gerne, damit es weltweit viele Leute gibt, die Angst haben vor Entführungen durch UFOs. In Amerika glauben Millionen daran, habe ich gelesen. Wenn man im Internet googelt, UFO und Entführungen und so weiter, das ist eine ganze Bewegung. Aber UFOs haben wir noch keine gesehen. Aber ich meine, man muss trotzdem die Ängste von den Leuten ernst nehmen. Aber man nimmt doch nicht die Ängste von den Leuten ernst, indem man mitmacht und selber anfängt, Beweise dafür zu sammeln. Jetzt kommt die Frage eben, Herr Fliege, wären Sie denn bereit, nach Mönchengladbach zu gehen und dann den Menschen, die dort die Ängste haben, zu sagen, Freunde, das ist Religionsfreiheit, das ist damit abgedeckt in Deutschland, das habt ihr zu ertragen in diesem Land? Ja, also man kann ja nicht Leuten irgendeine Meinung aufoktroyieren. Aber richtig ist doch erst einmal, die Inhalte, die ich von Herrn Vogel gehört habe, sind so neu nicht. Also schließlich schlägt das Christentum sich seit 2000 Jahren damit rum, dass einige Leute scharfen, die anderen scharfen.